Ja, guten Tag zusammen, hier ist euer Omni. In diesem Video wollen wir uns mal den Wolf-Patch anschauen von Age of Wonders 4. Ich habe mir bewusst die ganzen Streams nicht angeschaut, sondern habe darauf gewartet, was denn der Patch bringt. Im DLC werden wir ja kommen, wenn es dann soweit ist. Ich denke, der Patch ist teilweise dann noch manchmal interessanter, weil er zum Beispiel auch im letzten DLC einige Änderungen gebracht hat und deswegen wollte ich mir den mal zusammen mit euch anschauen. Und wenn er sonst noch irgendwelche Hilfe braucht bei Age of Wonders, in der Beschreibung findet ihr natürlich Links dazu, das kennt ihr ja. Ansonsten gucken wir uns einfach mal an, was denn der Wolf-Patch oder das Wolf-Update zu bieten hat. Und das ist verdammt viel tatsächlich. Ich muss mich ja so ein bisschen am Riemen reißen. Ja, also fangen wir direkt mal an. Und zwar gehen wir erstmal zum ersten Feature und da haben wir Bounties, also Kopfgelder. Ein ganz interessanter Mechanismus. Natürlich spannend, wie sich das wirklich dann nachher im Spiel auch wirklich verhält. Denn wir können jetzt neben den War-Coordination, die ich tatsächlich noch nicht genutzt habe, aber die ihr halt benutzen könnt, wenn Vasallen von euch vorhanden sind und ihr könnt dann sagen, hey, greif bitte Spieler XY statt XY an und so weiter und so fort. War auch schon bei Planetfall, naja, so halb erfolgreich. Aber jedenfalls haben sie das jetzt nochmal ein bisschen ergänzt durch eine ganz nette, finde ich auch, Rollenspielkomponente, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar könnt ihr Kopfgelder ausgeben. Dann könnt ihr den anderen Herrschern sagen, hey, diese Stadt oder diese Gegner oder sowas, die gehen mir wirklich auf die Nerven. Und dann kriegt ihr hier diese Belohnung und dann können die da tatsächlich sagen, ja, mach ich und das jeweilige erledigen. Also Stadt erobern, Gegner besiegen und so weiter und so fort. Was natürlich eine ganz, ganz interessante Sache ist, ihr selber könnt diese Bounties auch aussetzen. Und ihr könnt das auch auf Victory Structures machen, das heißt, ihr könnt das auf diese komischen Dinger von wahrscheinlich Seals, würde ich sagen, machen. Oder halt alle möglichen noch von diesem Expansion, Victory, also Expansionssieg und so weiter und auf Städte. Das ist halt dann jeweils so, dass die KI das auch macht und sagt, hey, mach das bitte platt. Das müssen natürlich freundliche KI-Gegner sein, ist ja klar. Und diese könnt ihr dann auch akzeptieren, die könnt ihr auch verfolgen als mit Quest-Tracker und dann kriegt ihr halt diese jeweiligen Belohnungen. Das seht ihr hier nochmal. Also Einheiten scheinbar doch nicht, also ich hätte jetzt natürlich damit gerechnet, dass Einheiten auch damit getroffen sind, aber nee, Cities, Victory Structures. Also in meinen Augen wirkt sich das, wenn wir über Cities scannen, aber Cities erobern von einer KI, die momentan da ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn eine KI mir sagt, hey, mach das mal und ich bin vielleicht eh schon im Krieg und könnte mir dann eine gute Belohnung absetzen. Wäre zumindest auch irgendwie so ein Rollenspiel-Element, dass man da mehr eingebunden ist und vielleicht mehr Interaktionen auch herstellt. Das wäre auf jeden Fall schon mal das Erste. Und jetzt sieht man auch nochmal, wenn wir dieses, wenn die KI das dann akzeptiert, dann wird die auch immer wieder Nachricht geben, ja, wie läuft es denn mit den Attacken. Hoffentlich bitte keinen Spam, a la keine Ancelization, aber auch manchmal Age of War not Planetfall oder so, wo die Konstant sagen, ich mag dich aber jetzt nicht mehr. Nur hier halt im Sinne von, ich bin noch dabei, aber in 20 Runden, dann bin ich vielleicht zu weit. Aber nächste Runde sage ich dir nochmal Bescheid. Fände ich ein bisschen lästig. Ja, dann haben wir etwas, was glaube ich uns alle freuen sollte. Das Pantheon wird nochmal erweitert. Ist eigentlich nicht so, glaube ich, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es ist zumindest so ein Schritt in die Richtung. Viele Leute schreien danach, ey, man gibt uns mal wieder so einen Empire-Modus wie bei Planetfall, der ja einfach genial war. Ich habe auch keine Ahnung, wie man den noch nicht reinbringen konnte. Gut, Ranting aside. Wir haben hier also neue Features dafür. Und zwar haben wir das erstmal, oder haben die das so angegangen, dass man sagt, ihr habt ja jetzt eure Herrscher, die ihr in einem Spiel benutzt habt. Und wenn die gewonnen haben, könntet ihr Ascenden lassen, also aufsteigen lassen. Und wenn die aufgestiegen sind, dann könnt ihr die jetzt etwas besonderer machen. Und zwar gibt es einige neue Trades. Hier unten steht das bei Ascension. 26 Ascension Trades, die sagen jetzt nicht genau was. Ich hoffe, es sind coole Sachen. Und einen von diesen Trades könnt ihr dann immer mitgeben an diesen Herrscher. Und dieser Trade wird dann auch bleiben. Und wenn ihr das nächste Mal mit ihm spielt, werdet ihr halt die Möglichkeit haben, diesen Trade mitzunehmen. Das basiert dann darauf, welche Affinities ihr hattet, also welche Zuneigung ihr hattet, Natur, Arterien und so weiter. Und welche Forschungsbücher ihr auch benutzt habt. Und dann, wenn ihr das nochmal macht mit dem gleichen Charakter, das ist ja eigentlich ganz cool für die Leute, die immer den gleichen spielen wollen. Dann könnt ihr euch auch nochmal einen neuen aussuchen, wenn ihr sagt, war jetzt nicht so cool, nehme ich ihn vielleicht einen anderen. Ich habe keine Ahnung, was die 26 Trades sind. Ich weiß nicht, ob das Ganze unten noch steht. Ich meine, ich habe alles geguckt, aber ich kann mich natürlich auch irren. Wenn das coole Trades sind, die wirklich einzigartige Effekte und Besonderheiten haben, möchte ich natürlich, dass alle damit spielen. Konstant. Aber das wäre natürlich interessant. Wenn er so lame ist, 10% mehr Schaden in dem. Ja, dann ist okay, wenn wir uns halt nehmen. Ja, dann haben wir auch die folgende Sache. Wenn ihr etwas erobert, könnt ihr die Transformationen mitnehmen. Ich glaube aber, so wie ich das verstehe, wenn ich hier bei Dragonlord das lese, dass diese Transformationen nicht aktiv sind. Erst hier zum Beispiel mit Dragonlord ist nicht so, wenn er das entsprechende Level erreicht hat, dann habt ihr die Fähigkeit auch dieser Transformation. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, dass wir diese Transformationen, also auch die Vorurteile dieser Transformationen haben, weil das wird natürlich extrem cool sein, weil ich dann zum Beispiel meinen mit Flügel bewährten Dämonenherrscher aufsteigen lassen kann. Und dann in der nächsten Runde natürlich einen unglaublichen Power-Spike habe am Anfang, weil der halt schon alleine einiges fertig machen kann oder zumindest deutlich stärker ist als vorher. Das wäre eine coole Sache. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wieder nur Visual ist. Also richtig finde ich, aber ich kann mich jetzt auch irren, haben sie es nicht differenziert oder genau gesagt. Dann haben wir noch was, was eher auch wieder Fluff-Sache ist. Ihr könnt halt so einen AI-Ruler dazu bringen, euren aufgestiegenen Herrscher oder den Herrscher generell, den ihr jetzt benutzt habt, um dieses Reich, also die Karte zu erobern. Dann wird der KI-Herrscher dann auch mit diesen spielen und die gleichen Zauberbücher anstreben, wie ihr. Ja, ist halt Fluff, ne? Ist nett. Dann haben wir, dass wir hier die Mechaniken auch ausstellen können. Auch die Bonisse, also es scheint, ach komm, das wäre echt schön, dass da Bonisse mit einhergehen. Also nicht nur die Trades, sondern hoffentlich auch die Transformation. Ja, muss man sehen. Aber ihr seht es hier, Transformation and Skills. Also es werden wohl auch die Skills, also es wird wohl so sein, dass dieser aufgestiegene Held tatsächlich deutlich mächtiger ist. Was ich extrem gut fände. Nicht, weil ich irgendwie sage, ich muss da jetzt, keine Ahnung, überrollen oder so, sondern damit hat man mehr Charakter. Weil wenn ihr euch dann so einen richtig coolen gecraftet habt und gesagt habt, ja, den fand ich mega cool, den will ich nochmal spielen. Dann wäre es natürlich schön, wenn der auch irgendwas mehr könnte, als einfach nur wieder von 1 anfangen und den gleichen Müll nochmal durchgehen. Ja, und dann könnt ihr hier auch sagen, wenn ihr es ausgestellt habt, ja, dann würde er es halt nicht ascenten. Also das ist halt einfach, ich mache diese Option aus. Das wäre ja Schwachsinn würde ich nie tun, aber kann man halt machen, ist ja nett. Jede Freiheit, die es gibt im Spiel, ob es jetzt positiv oder negativ ist, muss ja jeder für sich entscheiden, ist immer gut. Ja, und dann gibt es auch neuen Pantheon Content. Das heißt, wir haben wieder neue Skills, wir haben wieder ganz viel Visuals. Yay, finde ich jetzt nicht so sinnvoll oder super, aber wir haben Druidic Terraformers. Das wird wohl ein Social Trade sein, also so eine soziale Fähigkeit sein. Boah, ich kann die deutschen Wörter wirklich gar nicht. Egal. Und wir haben nochmal so eine neue Ausstattung für den Helden, ja, auch ganz nett und ein paar, ja, Gimmicks halt, na, na, na. Und dann kommen neue Events für Pantheon Goddia, that can join the player as hero. Also irgendwie Events, die im Pantheon vorhanden sind und im Spiel kommen können. Da gibt es neue Events, wie die kommen können, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist halt dann seltener, weil wenn die jetzt natürlich coole Transformationen und so haben, macht das ja auch Spaß, dass die mal kommen. Ich fand das vorher immer so, ja, hab ich genommen, kostet weniger. Wenn jetzt irgend so ein Lamer aus der Kampagne kam oder sowas, hab ich den dann mitgenommen, weil er billiger war. Aber es war jetzt kein Gefühl dabei, sag ich mal, es war kein Spaß. So wäre es natürlich cooler, wenn ich dann, keine Ahnung, so einen krassen Drachen aufgestiegen habe oder einen Dämon. Und dann hole ich mir den hier aus so einem Event. Das wäre natürlich schon cool, wenn die Events dann vielleicht sogar ein bisschen wissig sind. Also heißt, ich kann den nur richtig teuer bezahlen oder ich verliere in Einheiten, verliere das und das. Das wäre schon eine ganz coole Geschichte. Und jetzt wird es sehr abgespaced. Wir haben eine Überarbeitung der Heldenrekrutierung schon wieder. Sie sagen hier nochmal, wir haben das ja schon mal bearbeitet. Generell so wie man Helden rekrutiert, bitte kosten. Jetzt fanden sie es aber nicht gut, wie die Caps wirken. Ihr könnt ja pro Stadt immer mehr Helden rekrutieren. Finde ich gut, dass sie da rangehen, weil wenn ich zum Beispiel mit einer Stadt spielen will, es gibt ja auch Trades, die das wollen, dann ist das ja komplett bescheuert. Das heißt hier, das sagen sie auch nochmal, wenn ich mehr Städte kriege, kriege ich mehr Helden. Und damit ist das natürlich unglaublich wichtig, strategisch gesehen, dass ich zumindest meine drei, vier Städte habe. Ich kaufe meistens ja einen über den Cap. Das heißt, ich muss ja viele Helden haben, um einfach auch kompetitiv zu sein. Weil manchmal sind Helden das, das habe ich euch ja schon mal im Tipp-Video gezeigt, könnt ihr unten finden, dass ich einfach sage, Helden machen halt so viel Damage aus. Gerade wenn ich die mit allen Transformationen verlaue, dann sind die so viel Armeestärke und machen so viel aus, wenn man die Strategie spielt. Gerade mit Beschwörungen und allem anderen. Und dann musst du die halt haben. Und das ist natürlich cool, dass sie sagen, ey, nee, machen wir nicht mehr. Jede Stadt gibt einen Helden. Finde ich wirklich einen guten Schritt. Das heißt, sie haben das jetzt anders gemacht. Ich habe es jetzt so über Skimmel. Ich hoffe, dass ich nichts irgendwas vergesse. Ich hoffe, dass wir tatsächlich ab der Runde 10 den zweiten Helden kriegen können. Und dann wird es immer fünf Runden länger. Also wie ich es verstehe, wir haben einen Helden als Möglichkeit. Nach der 10. Runde 2. Nach der 25. 3. Nach der 45. 4. Und so weiter und so fort. Also immer increases each take five turns longer. Das heißt, wir haben hoffentlich, wenn ich es richtig erklärt habe, jeweils nach einer bestimmten Rundenzahl immer unseren Breaking Point, wo wir sagen, jetzt kommt der zweite Held, dritte Held und so weiter und so weiter. Und dann gibt es halt noch Imperium. Können wir auch nochmal unseren Wachstum erhöhen. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Aber, aber, oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da habe ich schon mal über voll. Wir können nicht mehr übers Helden-Limit gehen. Gar nicht mehr. Uff. Hacht, aber wie gesagt herzlich. Wir haben ja tatsächlich dafür einen guten Mechanismus, der sich natürlich mal gespielt haben muss. Aber der mich tatsächlich schon zum, no, stellt mich zufrieden. Gefällt mir. Ja, gerade auch so, wenn man mal ein Stadtspieler spielt oder diese, diese tollen Bauer da gibt es ja, die dann weniger als Stadt Cap haben und dadurch halt besser bauen können, mehr Geld dafür kriegen. Finde ich eine coole Sache. Ja, dann können wir hier den Helden, aber das ist jetzt nicht so wichtig, freie Stadt können wir den Anführer halt rekrutieren, wenn wir den integrieren, aber nicht mehr direkt geschenkt bekommen, so wie sonst immer. Also, das war glaube ich, jetzt muss ich aber hier nochmal gucken. Wir haben auch nochmal neue Interaktionen. Das heißt, wenn wir mehrere, mehrere Helden in einem Stack haben, dann können wir, oh nein, was machen sie da? Oh nein, oh nein. Okay, gut. Damit ist das, was ich eben gesagt habe, auch schon wieder leider weg. Dann nehme ich alles zurück. Das ist dann nicht mehr so. Ihr könnt jetzt nicht mehr in einer Armee mehrere Helden haben, ohne dass das eine Strafe gibt. Das finde ich wiederum nicht so schön, weil ich habe meine Helden ja extra dann gepumpt und gebaut, um sie zusammen in einer Synergie arbeiten zu lassen. Dann steht ja einfach, nö, gibt es ein Penalty. Da will ich mal wissen, was für ein Penalty das ist. Der sollte aber am Anfang auch nicht da sein. Gerade auf hoher Schwierigkeitsstufe muss ich dann teilweise mit zwei Helden arbeiten. Das geht nicht anders. Ich meine, das kann ich ja jetzt schon erst ab Runde 10. Aber wenn ich dann auch noch ein Mal auskriege, wenn ich den in meine Armee reinpacke, das ist hart. Also gerade für euch, die vor Schwierigkeitsstufe spielen, könnte das ziemlich brutal sein. Da müssen wir wieder ganz neue Strategien lernen. Und sehen wir es ja, die Moral und die Erfahrung wird herabgesetzt für jeden Helden über 1. Wow. Schade. Gerade was netzgesagt. Und schon muss ich sagen, na, gefällt mir nicht so, weil ich das schon cool fand mit mehreren Helden. Aber gut, sie wollen halt immer mehr nerven, nerven. Das ist halt leider so diese Mentalität in der heutigen Industrie, oft zu sagen, ey, ich buffe nicht das, was schwach ist, sondern ich nerve das, was stark ist. Und es war halt stark mit mehreren Helden, mehrere Beschwörungen und so weiter zu haben. Natürlich sind die Mali vielleicht okay, kann man akzeptieren, aber es ist schon, es ist schon einfach Gängelung. Also nochmal, wir reden nicht von einfach, sehr einfach, normal, sondern wir reden von brutaler Schwierigkeit. Da braucht ihr die Helden. Die sind essentiell. Die KI ist nicht gut programmiert und haut euch mit Stacks vor. Ich meine, ihr habt es in meinen Videos vielleicht schon mal gesehen. Wenn nicht, guckt es euch einfach mal an. Das ist halt unglaublich, was die raus hat an Stacks. Dann muss ich auf gewisse Strategien, auch ein bisschen cheesy Strategien, zurückgreifen. Das ist das Beschwören. Das haben sie ja schon genervt. Jetzt nerven sie noch, dass man mehrere Helden in einer Armee haben kann. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr mal sagen, was eure Meinung dazu ist? Ich finde es leider überhaupt nicht gut. Und dann kommen wir zum Necromancy Overhaul schon wieder. Ich glaube, die hatten doch schon mal was da gearbeitet. Jetzt wird es hart. Ich glaube, ich muss mir am besten nochmal durchlesen. Das hört sich ziemlich an, als wenn wir hier bei den Necromanten jetzt so ein bisschen in den Heroes of Might and Magic Teil, aber auch so ein bisschen, wo kommt es noch her? Noch irgendwo anders. Irgendwie liegt es mir auf der Zunge. Ich komme aber nicht genau drauf. Aber so in den Stil verfallen, wo man nach dem Kampf jetzt die Untoten beschwören kann, was ich sehr, sehr gut finde. Gucken wir mal, wie es sich ausspielt. Natürlich wieder, aber gehen wir einfach mal durch. Übrigens, wer Heroes of Might and Magic mag, wartet bis Montag. Da kommt auch noch ein Piece von mir. Da könnt ihr euch auch nochmal hoffentlich freuen. Cool ist halt, ihr könnt jetzt nicht nur einfach irgendwelche Skelette mit Pikes, also mit Speeren oder sowas haben, sondern auch mit Schwertenschildbogen und die typischen Skelett-Magier. Sehr, sehr cool. Und dann könnt ihr später auch Bone Dragons holen, wohl mit, da kommen wir gleich zu, naja, wirklich, wirklich Late-Game-Aktionen. Und das ist wieder auf brutal dann ein bisschen spät, aber, aber, ich will jetzt nicht zu kritisch sein, es ist schon cool, weil das kann einen dann am Laufen halten, bei großen Schlachten. Ja, und zwar ist es so, dass ihr erstmal weniger Seelen bekommt, das ist ja erstmal nicht so schön. Dann könnt ihr Seelen direkt anwenden im Kampf, was auch ganz nett ist. Und Soulbound, diese, diese Debuff, ist so, hat eine 30% Chance, dass jemand zum Decaying Zombie wird, was ich auch sehr krass finde. Ich glaube, das ist sogar, könnte sehr stark werden. Gut, 30% sind nicht riesig, aber immerhin. Und ihr könnt, wie gesagt, Skelette nicht mehr produzieren, sondern ihr werdet die nach dem Kampf aufheben sozusagen. Das kostet Seelen, finde ich gut. Und dann braucht ihr halt den ersten Trade aus dem ersten Turm. Da könnt ihr zuerst mal Skelette ausholen, aus den T1-Einheiten, meine ich hier. Genau, also als T1 und so weiter. Das ist immer möglich. Und dann könnt ihr, das könnt, dann könnt ihr je nach Rolle, die die hatten, also zum Beispiel einen Kampfmagier, könnt ihr dann auch als Magier holen. Das seht ihr hier jetzt, genau. Und als Bogenschützer, also Range und Skirmish, ergibt der Sinn. Ihr könnt es euch selber angucken. Cool. Finde ich gut. Wirklich nicht schlecht. Wichtig ist auch dabei, das Stand hier. Dieses Raising ist so, dass ihr nur die Einheiten, die in den Kampf hineingegangen sind, die zählen hierzu. Das heißt, auch wenn jemand einen Mine-Control, das wird nicht irgendwie Probleme bereiten. Aber natürlich beschworene Einheiten und die halt geflohen sind, werden natürlich nicht dazu gezählt. Okay. Ja, so müsst ihr es verstanden haben. Und dann könnt ihr halt die Einheiten beschworen bezählen. Finde ich cool. Kann man gut machen. Und wenn ihr dann halt T3-4 Einheiten tötet, könnt ihr, wenn ihr das entsprechende Buch habt, Bone-Horror beschworen, 50 Seelen und Tier 4, äh, T5 Einheiten tötet, kriegt ihr ein Tier 4 Bone-Dragon. Also T5 Einheiten ist natürlich schon hart, aber ein Huhn und Seelen dann. Und dann könnt ihr den Drachen beschworen. Ganz coole Sache. Die normalen Skelette kosten 15 Seelen. Dann ist das nämlich alles auch nochmal eingegangen mit einem Upgrade zu den Tomes. Oh je, oh je. Wir sind erst hier. Guckt euch das an. Ne, ich kann nicht so viel reden, aber wir fassen uns mal zusammen. Auf jeden Fall wurden einige Tomes hier verschoben. Tom of Necromance hier, ich glaube, das war vor 2. Es ist T1. Das heißt, ihr kriegt direkt die Fähigkeit, in die Command zu werden, weil ich auch eine sehr coole Sache finde. Und habt direkt diese Nachkampf-Race-Methode. Und so zieht sich das weiter durch. Ja, das werde ich jetzt nicht alles durchlesen. Ihr habt halt einige Sachen, die damit einhergehen. Ja, das ist einfach nochmal richtig so. Und ihr kriegt zum Beispiel, dass es Soul-Verm mehr Einkommen gibt. Ihr kriegt hier mehr Soul-Collection, Seelen und so weiter und so fort. Ihr merkt, das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen wirklich bearbeitet worden, weil ich es sehr gut finde. Also der Patch ist ja wieder so gigantisch. Was man davon halten mag, ist ja dann eine andere Sache. Und genau so geht es halt weiter. Der Tome of Souls und so weiter. Bone Horror ist jetzt T3 und der Nekomancer, der ist hier oben irgendwo, ist jetzt T2 und kommt halt mit dem Tome. Auch eine ganz krasse Änderung. Müssen wir mal abwachen. Das geht dann so weiter. Great Transformation. Da könnt ihr dann die Drachen reanimieren. Der Reaper wurde auch komplett überarbeitet und so weiter und so fort. Ist aber jetzt, kann man sich halt mal in Spielen sehen, das Wichtigste ist halt, dieses nach dem Kampf könnt ihr jetzt halt wirklich beschwören, was eine sehr coole Fähigkeit ist. Kann natürlich auch wieder extrem imbar sein, wenn wir so an Heroes of Might and Magic 3 denken oder an andere Spiele, die sowas gemacht haben. Aber ist natürlich cool, dass die da einfach mal sagen, nee, das hat uns nicht gefallen. Warum? Aber das muss ich jetzt einfach mal in diesem Patch-Update reinwenden. Warum macht man sowas nicht? Dieses Denken und dieses kreative Umarbeiten mal auch beim DLC. Warum haut man nicht da auch so krasse Features mit rein, statt nur so eine oberflächig wirkende Kultur, die halt nicht, egal, ich rede vor allem vom letzten DLC. Wacht mal ab, wie das andere DLC sich spielt. Das ist klar. Das Gute ist, jetzt sind eigentlich die großen Parts abgehandelt. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich erwähnen will. Ich kann aber nicht auf alle die Sachen eingehen. Na ja, gucken wir mal, wo wir hinfinden. Also erstmal haben wir noch Quality of Life Updates. Das heißt, wir haben erstmal zufällige Karten. Sollte man auch von Anfang schon haben, aber gut, dass es das gibt. Dann bauen freie Städte jetzt auch Einheiten aus Tomes, also aus Zauberbüchern. Nichts dazu, dass freie Städte vielleicht mal aktiv am Kampf teilnehmen. Nicht mal wie wirklich KIs verhalten. Nee, aber immerhin ein Furchtschritt. Wir dürfen jetzt auch mal so Zauberbucheinheiten rekrutieren. Das ist natürlich ganz nett. Man könnte Provinzen jetzt endlich auch so abbinden und andere Provinzen annehmen. Halleluja, auch das ist wunderschön, weil früher musste man, das habe ich teilweise mal gemacht in Let's Plays oder auch in meinen privaten Spielen, mich mit meiner eigenen Einheit auf meine Provinz stellen, die plündern, das war bei Planetfall glaube ich auch noch so zeitweise, die plündern und dann die neu anbauen. Also absolut schrecklich. Dann haben wir einfach ein bisschen Visualisierung, ist nicht so wichtig. Dann könnt ihr Faction Creation sagen, welche Stadt, wie Stadt heißen soll und mit den Überschreibungen ist nicht so wichtig, sowas, Fidermord ist auch nicht so wichtig. Dann haben wir ein bisschen was an UI Updates, was auch die Übersüchtigkeit ein bisschen besser machen soll. Finde ich auch ganz gut, aber könnt ihr euch selber durchlesen. Das ist nichts so Besonderes. Wichtig ist halt, dass wir hier in der KI noch ein bisschen was haben, dass sie natürlich wieder wirklich mal mehr Fokus auf die KI legen, dass sie die Städte auch besser beschützen können und ja gut, Auto Explorer weiß nicht, die wissen ja eh immer, wo du bist und haben eigentlich ja immer alle Ahnung. Very easy und easy interessiert mich nicht, könnt ihr selber angucken, habe ich mir nicht angeschaut. Wichtig ist vielleicht so ein World Thread, dass die passiven Infestations auch wirklich langsam sich verbreiten. Ihr seht 75% langsamer. Also ihr könnt euch vorstellen, wie hart die vorher schon aus sich ausgebreitet haben und low ist halt auch ein bisschen verringert worden, damit das nicht ganz so crazy ist. Und dann haben wir wieder einige Visuals. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, alles nur Art, Audios. Ihr seht, da kommt jetzt nicht mehr ganz so viel, aber hier, das müssen wir uns mal anschauen. Combat und zwar ist diese melee charge Geschichte, also das hier mit Kavalerieeinheiten, die man anchargt über mehrere Felder hinweg, ist jetzt so, dass das nur noch Pole Arms, also wirklich Sperrkämpfer, Sperrträger und so weiter abwehren können mit Charge Resistance, also Ansturmwiderstand oder Helden mit besonderen Trades. Das finde ich gut. Das heißt, große Gegeneinheiten haben das nicht mehr automatisch und leider ist damit Gareth Josen auch ein bisschen genervt, aber ich hatte ja schon mal, glaube ich, in irgendeinem Video mal gesagt, das finde ich gut, wenn das sogar genervt werden würde, weil es extrem stark ist und das wäre halt was, was stark ist. Ihr könnt nicht mehr diese Anstürme einfach verhindern. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass Schockeinheiten gerade so relativ sind und das ist genau, ein bisschen schwierig und dann haben wir hier einfach diesen Charge Strike, der gibt es jetzt nicht mehr außer bei Riesen. Die haben noch Heavy Charge und das ist halt glaube ich eher einfach ein Kompromiss dann damit, dass man sagt, okay, dafür gibt es keine Resistenz mehr, aber es gibt jetzt auch keinen besonderen Heavy Charge mehr außer bei Riesen. Das heißt, Riesen können auch noch Pikemen und so überlisten, der Rest nicht mehr. Finde ich eigentlich eine ganz nette Änderung. Wichtig wäre dann das Nächste zu erwähnen. Wir haben nämlich den Fall, das ist tatsächlich auch ein gutes Upgrade, was Unit, also Einheitenverzauberung und Heldenfähigkeiten so an Schaden dazu bringen, scale, also alliiert jetzt auch bei einzelnen Attacks, also wie zum Beispiel Shard Strike, also Ansturm, mein Gott, oder so ein magischer Schlag wie jetzt von Support, also Unterstützungseinheiten. Die habe ich nämlich auch nie benutzt, weil sie eben diese Ein-Aktionsfähigkeiten hatten und damit nicht genug Damage raushauen. Das heißt, wir haben das jetzt hochgescaled, das heißt, wenn ich nicht wiederholbare Angriffe habe, kriege ich jetzt mehr Schaden für diese Verzauberung. Finde ich eine gute Sache, sollte man mitnehmen. Dann wird noch die Fumble, also die Fehlschlags oder ja, kritischer Fehlschlagschance vom Crit ausgerechnet, das heißt, das ist jetzt unabhängig voneinander berechnet. Auch noch ganz nett, sonst kommen ganz viel Gedöns, was wir eher nicht so angucken müssen, auch die ganzen Updates und sowas ist dann doch ein bisschen viel. Ich hatte gehofft, dass vielleicht mal bei Reaver noch was Neues kam, das ist sehr besonders, das ist ein bisschen billiger geworden, ein bisschen besser geworden von deren Einheit, äh, von deren Gebäude her. Und ja, das war es aber auch, leider nicht irgendwelche speziellen Dinge nochmal reingehauen. Das ist alles nicht so wichtig, das sind einfach nur ganz viele Updates. Einzig wichtig ist halt, dass hier vielleicht noch die Population wächst schneller. Weiß ich nicht genau warum, aber soll uns ja auch egal sein. Ist halt so, dafür sind wohl auch die Städte etwas schwächer, wir haben weniger Nahrung dadurch, haben auch weniger Draft durch den Workshop. Ist auch ganz nett, sind aber jetzt auch keine besonderen Dinge. Und hier haben wir auch Untergrund sehen, werden jetzt auch als Provinzen für Shipyard und so weiter. Mit eigenem Betrechten, das finde ich auch eine ganz okaye Sache. Jetzt nicht so, dass man es tausendmal bräuchte. Gibt es noch was Wichtiges, nämlich New Form Trades, wir haben jetzt Desolate Adaptation, also das, was eigentlich ja durch diesen selben Sandtiger kommt, kriegen wir jetzt einfach auch schon so. Ich weiß nicht, aber ist halt so, wir können auf jeden Fall im Ashland jetzt auch so das, was ich halt in den letzten Let's Play nicht konnte, da nämlich ordentlich vorangehen und wirtschaftlich auch stark werden. Das können wir jetzt mit diesem Trade machen. Dann haben wir Pack Tactics, könnt ihr euch auch denken, Pack Hunter, mehr Schaden für jeden Benachbarten mit Pack Hunter. Dann haben wir Herbivore, das heißt, wir können Bäume oder Pflanzen verzehren und damit können wir halt 20 HP regionalieren. Finde ich eigentlich ganz nett. Ist okay. Oh, noch ein kurzes Feedback, bevor wir hier noch weitergehen. Und zwar nicht für die Erkundung. Keinerlei neue Location. Gar nichts im Patch. Finde ich schwer enttäuschend. Sag mir, was ihr davon haltet. Ich wollte es mal kurz andeuten. Doch, jetzt verstehe ich es. Ja, okay. Aber ist das nicht schon so, wenn ich das auch unten mit den Tieren mache? Naja, egal. Auf jeden Fall kriegen alle, die halt Kavallerie sein können, auch eine Kavallerie einhalten. Und wir können Eagle Mounts haben. Das kriegen wir also automatisch durch den Patch, nicht durch das DLC. Und wir können jetzt hier auch dieses Veränderung, was wir auch durch die Kultur jetzt herbekommen, seht ihr halt, können wir jetzt auch jeweils in diesen Traits machen. Und dann noch ein bisschen Nerf wieder. Niemals das Buffen, was schwach ist, sondern immer das, was stark ist, Nerven. Aber so ist es halt leider. Und das war es eigentlich. Die freie Stadt wird halt, wie gesagt, besser hat es auch mehr Tier. Also wird jetzt irgendwie auch gelevelt, sodass sie auch stärker ist, mehr kompetitiv ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht. Trotzdem nicht so, dass jetzt von der KI was steht, dass sie mehr angreifen würden. Alles andere sind vor allen Dingen, die neue, so ein bisschen mehr neue Modifikationen reinbringen, Interface verändern und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig für uns. Das hier haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Aber hier gibt es auch noch ein bisschen Veränderungen an den ganzen Szenarien. So würde ich jetzt nicht durchgehen wollen. Weil, weiß ich nicht, müssen wir einfach mal erleben, wie es so ist. Ihr seht halt, dass da noch ein bisschen was an den Trades auch gemacht wurde. Was ich auch eine ganz nette Sache finde. Und die Sachen hier gehe ich nicht alle durch. Auch ganz viele Turms wurden verändert, was ich gut finde. Weil das sind fast alles so Nerves und Buffs, die jetzt, ja, sind okay. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt unbedingt hervorheben muss. Wenn ihr da irgendwas findet und da was Spannendes ist, gerne her damit. Ansonsten würde ich es jetzt erstmal dabei belassen. Einzige, was noch hier unten bei den Einheiten interessant wäre, sind so, dass ein paar Immunitäten von ätherischen Einheiten und auch hier dämonischen Einheiten weggenommen wurden. Also gegen Brennen. Also bei ätherisch Brennen, nass werden und froren sein sind auch weg. Finde ich gut. Ätherisch war halt extrem im Balance. Bei vielen finde ich es ein bisschen komisch. Aber gut, ist halt einfach so. Das wird wohl schon irgendeinen Gedanken haben. Und das wäre es eigentlich. Wie gesagt, fix ist ja eine riesige Liste. Könnt ihr euch ja selber anschauen. Ihr könnt mir einfach mal euer Feedback sagen. Ich finde es okay. Ich fand den letzten Patch zum DLC besser. Aber ich finde auch eben, wenn man nicht genau weiß, wie wirkt dieses Aufsteigen der Helden aus? Wie wirkt sich, ja, alles aus natürlich, was wir haben. Das ist ja klar. Aber wie spielt sich auch Nekomand? Ich würde auf jeden Fall auch nochmal gerne Nekomanden spielen wollen. Auch wenn es dann mit der Primal Culture ist. Aber das hört sich eigentlich ganz spannend an, da mal ein bisschen was ausprobieren. Gerade mit diesem Nachkampf regenerieren oder wiederbeleben. Finde ich super cool. So eine Mechanik hätte auch auf jeden Fall bei der neuen Kultur oder generell im DLC sein sollen. Das finde ich gut. Ein bisschen mehr Pantheon-Content ist natürlich auch immer eine gute Sache. Aber insgesamt zufriedenstellen manche Dinge wie Heldencap finde ich komisch, weil das wieder die hohen Schwierigkeitsstufen schwieriger macht. Da werde ich aber vielleicht mal ein Mod zeigen, wodurch die KI wesentlich schlauer agiert, also wesentlich besser sich umbringen kann, aber wesentlich wenige Einheiten hat. Das ist das Problem für mich, dass sie dann zu einfach sein kann, aber sie ist auf jeden Fall fairer als mit den 20-30 Stacks, die sie jetzt produzieren kann. Aber das gehört ja jetzt nicht hierhin. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung hin, like, subscribe und so weiter. Hilft mir immer, das Ganze am Laufen zu haben und mich hier durch solche riesigen Texte durchzuarbeiten. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!